Jo Freunde, was geht ab? Wir sind hier auf dem Berg. Ich seh gar nichts auf dem Bildschirm. Ich kann ja ausprobieren damit zu rennen. Ich kann nicht mehr. Der vollen Muskelkater. Ich rieche nichts. Das ist zu wackelig. Zu wackelig in der Hand auf maximal. Ich rieche nochmal. Sehr gut, und komm bitte, bitte. Ja, macht voll Spaß den Hund damit zu tracken. So, jetzt guckt er nicht. Er hat eben genau in meine Kamera geguckt. Hat dieselbe Hose an wie du. Ja. So kann man auf jeden Fall besser vloggen. Wie vloggen? Guten Tag. Guten Tag, wir sind hier in der... Wie heißt das hier? Okay, professionelle Aufnahmen. Oh, der Akku ist fast leer. Das ist, warum ich mir Akkus gekauft habe. Hier gibt es ja auch Fotos. Wie sonst. Ja, das sieht auf jeden Fall so aus. Ja, das sieht so aus, ne? Das ist echt zu neblig dafür. Das ist lust wie so ne Fata Morgana. Der Radioturm. Das ist so durch die Wärme und so ist alles ein bisschen verschwommen. Das ist so durch die Wärme und so durch die Wärme. Das ist echt ein bisschen zu neblig dafür, dass man eine richtig geile Aufnahme macht. Ja, da geht es ja eh nur darum, dass ich ein bisschen nicht der Kamera auskenne, bisschen. In der Bank kannst du die super fest machen, oder? Ja. Hier auf einen Link. Das sieht cool aus, komm mal her. Mit der Unschärfe hinten noch und so. Das sieht schon richtig schön aus irgendwie. Aber ohne Sound, oder? Ist mit Sound. Das ist wie in einer Tier-Dopu. Ja. Dokumentier mal den Hund. Ich weiß nicht, müsste ich mal ein Skript schreiben. Was finden Sie denn so besonders an diesem Hund? Der Dobermann Pinscher. Halb Hund, halb Katze. Halb Bär. Halb Esel. Ein Gestaltwandler. Wie ihn die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Ein Druide. Mal stinkt er nach Gülle, mal stinkt er nach Barf. Mal nach Furz. Mal überwiegt der Maulkunde. Mal nach Furz. Die Facetten des Dobermannes sind... Viel... Viel... Zwerlich. Ne. Facettenreich. Die sind einzigartig. Einzigartig, ja. Hallo! Zwerlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nämlich gar nicht mal so geil, wenn die Sonne so voll scheint für so Kameras. Das finde ich besser, wenn so ein bisschen bewölkt ist oder so. Teilweise sind halt voll die Schatten, aber der Hund ist eh so dunkel. Was ist dunkel? Der Hund ist so dunkel, aber das sieht vielleicht auch nur so aus.